Diese zum Kauf angebotene Doppelhaushälfte wird in Höchsthöchst im Odenwald erbaut. Es hat 5 Schlafzimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 400 m² weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 172 m² auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 329.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.